recht herzlich willkommen zur 83 folge von towns wir sind auf dem weg nach oben ja genau da sind wir haben letztes mal geguckt da waren welche die hatten hunger und haben dann irgendwie nicht was zu essen gefunden sondern waren eher so schlau und haben hier was abgeerntet 26 sind es aber noch werden wohl bald weniger werden würde ich jetzt was sagen das ist mir da und der händler sondern da den gebrauchte letzten 21 19 ok dann ist das auch geklärt schauen wir mal weiter rein was sollten wir tun gute frage warten bis der händler weg ist jetzt nacht haben wir sind noch barfuß kameraden vielleicht sogar ein paar schuhe basteln es geht irgendwie nicht aber ist auch egal dass die haben ja haupt rüstung sozusagen an dann kann man damit leben ich glaube jetzt laufen sie sogar alles schneller wieder nah 23 nur gut da kommt wieder jemand ohne hut oder helm 18 ok sollte auch bald vorbei sein wie sieht es hier oben aus haben noch ein paar aufträger gegeben die werden aber noch nicht erledigt da kommt nur einer und setzt sich hin zum essen die anderen sind hier unterwegs wie sieht sie mit essen aus haben wir da genug 3 äpfel eine bierne ok dann können wir noch was machen so können sie alles abwehren gucken wie weit sie das tun sieht nicht so aus als ob etwas getan wird da hat wieder einer gerade und noch umgebracht jetzt mal 17 ein wustpflanzer sogar liegend ja schauen wir mal wie es vorangeht da laufen welche sind die zum ernten unterwegs ja und da oben auch einer drei leute sind da auch da war schon einer vier jetzt kommen sie alle langsam musste mit dem händler der sohn oder da man kriegt er seine knochen 17 sind es wohl nicht so entscheiden dass er sein zeug kriegt gut die flitzen aber auch alle ziemlich zügig durch die gegend und wie ist es 22 noch gefallen er wird schon irgendwann werden wie sieht das unten im keller eigentlich aus hat man ja schon noch aufträge näher sieht nicht so aus wir haben ja was durchgezogen aber da sind noch drei stellen die noch gemacht werden müssen vielleicht machen wir das mal gerade hier noch zu ende da durchziehen mir geht nicht weil da die treppe ist da ist wohl auch eine treppe oder was stone ladder und da geht es nebenher gut dann brauchen wir da nichts machen könnten noch andersrum durch bohren hier zum beispiel so dann machen wir das gleich ganz weg das ist halt mir gut da muss noch eine kerze dann hin von der seite machen andere seite sehe ich das schlecht und hier können wir auch noch durchbuddeln und wenn wir schon da sind dann da auch noch und da auch na shift taste weg geht das haben wir auch gemacht da kommen ganz weg da passt es das kommt weg ganz weg und hier ziehen wir erstmal durch fertig gut da haben wir genug steine in auftrag auch gegeben wenn wir mal nach oben gucken da ist nicht der hände der ist hier da steht dann noch in der ecke 14 gut sind ein paar weniger Obst wird immer noch geerntet ja das ist auch gut so kriegen wir also auch hin das Obst und wie sieht es mit der happiness aus haben wir 28 ist gestiegen guck mal an und immer noch so viel Heroes haben wir ein könnten mehr sein ne und sonst joo da müssen wir mal schauen ne was wir da so machen Getreide wächst gerade ist keiner da die sind alle alle andersweitig beschäftigt das wollte ich gesagt haben oh es ist eine Pause jetzt ne ein Angriff und zwar drei böse Badger gut dann lassen wir wieder laufen können auch einen schneller machen nur zwei ach ne der dritte ist da und jetzt geht es los da flitzen sie los und was klauen sie wie immer was aus ins Essensraum und wieder ein fast weniger oder und weg sind sie wahrscheinlich ne da waren sie noch ok weiß aber nicht was sie gerade geholt haben ist aber jetzt auch nicht so das Spiel entscheidend gut dann könnten wir hier noch wieder ein Fast in Auftrag geben na prepared food barrel das ist das achso ok zwei Stück hin und alles ist gut ne gut wie sieht es hier oben aus also weiter sieht nicht so aus oder doch bin mir nicht sicher die Aufträge sind auch noch nicht abgearbeitet sie sind aber alle da um das zu machen passt also Händler ist immer noch da noch achte geht auch voran 26 ist auch aktuell 24 ist wieder runtergerutscht von 28 hier liegen ganz viele Äpfel rum das ist auch gut passt also sind wir glücklich und zufrieden da geht einer pinnen da geht einer essen und wollen wir mehr Getreide sollte mal abgeerntet werden aber das ist gerade wohl nicht relevant und der läuft auch vorbei ne oh jetzt haben wir gerade einen gestorben wo ist der gestorben wohl hier oder und ein Held ist gekommen gut ein Leichnam finde ich nicht der ist wohl schon auf dem Weg zur Beerdigung da oben war das ja nicht nur eines war da unten gut na hier er kann auf jeden Fall dann sollte sich doch jemand da die Hosen wegholen ne ok da ist er weg Hose angezogen hier ist noch nicht ganz fertig oh Helden kommen gerade ohne Ende ne auch interessant naja kriegen wir schon hin 25 und wir brauchen 50 30 haben wir na ist noch ein Stück nach oben wird aber auch gehen so hier solche Leute die am Stock gehen die brauchen wir eigentlich nicht ist das immer noch und nur noch zwei einer kommt schon da ist er wo läuft denn der hin und der ooooh wo laufen die denn hin mit den Knochen zum Ofen oder was das ist ja auch cool tja nix für ein Händler jetzt guck mal jetzt läuft er hier ganz langsam hin ist müde und jetzt flitzt er los oder ja auch interessant den Abflug geholt geht was essen und dann will ich hoffen dass er ins Schlafen geht gut Händler ist noch da da brauchen wir also noch was immer noch zwei Knochen hoffentlich finden die die zwei Knochen noch ne ja Getreide wird auch wieder abgeerntet wie man sieht also alles gut da kommt jemand aber ich glaube nicht mit den Knochen nicht mit den Knochen die Knochen waren eben verbrannt das war das Traurige hier ist wohl die letzte Etage und hier sind bestimmt irgendwelche am rumkriechen aus der letzten Ecke holen die jetzt bestimmt noch irgendwelche Knochen die sie dann da irgendwo verhökern können an dem Händler aber ich sehe jetzt nicht wo einer ist ist aber auch nicht so schlimm wir werden schon irgendwann damit klarkommen dass die beiden da auch abgeliefert sind die beiden waren noch so ok gucken wir gerade nochmal rein sind immer noch zwei alles gut aber dann will ich erstmal sagen soll es für die Folge auch wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 tschüss